Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Achso, ja, wir müssen erst Lava machen. Okay, warte, dann... Wo haben wir denn hier... Ja, warte mal, das können wir dann später wieder zuschütten. Genau. Reicht, reicht, reicht. Ja, ich mach lieber mal ein bisschen mehr. Wir brauchen nämlich ein bisschen Cobblestone. Äh, Obsidian. So, reicht von der Fläche, würde ich sagen. Ja. Ja, wär sinnvoll, Benni, wenn du da jetzt rauskommst. Ja, komm ich. Gut. So, lass die erstmal verteilen. Äh. Wow. Wow. Alles klar. Ähm, ich geh jetzt mal gucken, wo, wo, wo denn die, die große Schlucht war. Ich weiß, wo sie war, glaub ich. Ja, irgendwo da hinten, ne? Ja, auf der anderen, aber auf der anderen Seite da drüben. Ja, dann gehen wir doch einfach mal da rüber. Guck. Komm, aliop. Wir können auch hier bei uns bleiben. Hier ist auch ne große Schlucht und alles. Wo ist denn bei uns ne große Schlucht? Ich mein, diese große fette Schlucht, äh, wo es so weit runter ging. Kohle und allem, hattest du doch gesagt. Oh, ich hab hier Kohle gefunden, direkt draußen. Guck mal. Jetzt war die Kohle Schlucht, das ist ne gute Frage. Ja, das hab ich mir gedacht, dass das kommt. Wir sollten uns irgendwie hier so ein paar Wegmarkierungen oder ne Karte oder irgendwie sowas hinbauen. Mhm. Ja. Ja, warte, ich guck jetzt mal gerade mit Benni hier wegen der riesen Schlucht. Die war hier nämlich irgendwo. Ja, genau. Weißt du, dass die in der Nähe von nem großen Berg war? Ja, ja. Hier haben wir ja auch überall Fackeln aufgestellt, weil wir hier ja immer gewartet haben. Ach, ich glaub hier hinten war die irgendwo. Ja, irgendwo hier muss das sein. Guck mal da vorne, glaub ich. Wo bist du? Ach, du bist da hinten. Guck mal rechts. Guck mal da. Ne, hier ist nur die Höhle, hier ist ne Höhle. Hier Benni. Hier, hinter dir. Ach, da hinten. Hier, hinter dir. Ach, da hinten. Ach, ja cul penn sagen 16 huge. Jaanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch.. ähm, Nick ja komm zu mir ich mach dir gerade ganz viel Obsidian ja, ich hab auch Obsidian schon achso warum machst du mir gerade unfreiwillig ganz viel Obsidian nö, freiwillig, ich hab ein Labafeld gefunden und daneben ein See achso, ja gut, aber ich hab schon welches also Obsidian kriegst du, wenn du Wasser auf stille Lava quasi packst ja, oder Lava auf stilles Wasser alter scheiße, jetzt hab ich keine Diaspitzhacke bei ja, aber du brauchst nicht noch eine machen ich hab genug Obsidian hier unten gut naja, auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Obsidian schon mal die Frage ist, wo war die Flucht? Frage ist, es ist berechtigt meint ihr die, die wir bei den Kühen gesehen haben? ja ach du scheiße ich glaub ich hab sie boah okay, ich glaub du hast ach komm, jetzt schwimm doch da hin alter äh, Benni und ich haben ein Kohlefeld gefunden das ernten wir mal gerade ab, ne? mhm wie bei uns wie bei uns wow wow alter, wir finden nie wieder nach Hause kohle ne, das glaub ich auch meinst du? kohle viel kohle oh ja ooooh klopp klopp ein richtig helles Licht erzeugt? Ja, Glowstone. Ja, was heißt hell? Ja, doch ist schon recht hell. Dass man das auch auf Entfernung her sieht, ja? Ja, Glowstone sieht man eigentlich. Ich weiß, wo ist die Flucht? Keine Ahnung, wo die Schlucht ist. Bin ich denn jetzt komplett blöd? Wow. Ehrliche Antwort? Wollte gerade sagen, ehrliche Antwort? Wo zum Fick geht's denn hier wieder raus? Alter, ey. Was baut denn ihr für komische Känge? Wie kann man sich hier bloß verlaufen, war nichts Aussage vorhin. Ja, ich kann ja nicht damit rechnen, dass ihr krumm und schief baut. Warum nicht krumm und schief? Gerade kann ja wohl jeder. Wollte gerade sagen, gerade ist langweilig. Nee, geht's nicht weiter. Alter. Also wir bringen auf jeden Fall nachher Fleisch und Kohle mit. YouTube-Money. Ja. Äh, es wird dunkel. Ja. Ach, hier bin ich. Ja, doch. Komm, wir gehen hier irgendwo hoch auf den Berg und dann irgendwo bauen wir uns hoch. Äh, da hinten ist die Schlucht. Das ist ein Dorf. Das ist ein Dorf gefunden. Geil. Wo seid ihr? Gute Frage. Ja, relativ weit weg. Relativ weit weg ist gut, ja. Aber ist egal. Nehmt Karotten, Kartoffeln, nehmt einfach alles mit. Äh, ja. Ähm, ähm. Felder abräumen und es gibt auch in der Schmiede, glaube ich, eine Kiste. Ja, ich finde aber die Schmiede jetzt gerade nicht irgendwie. Bist du schon im Dorf oder was? Aber er räumt die Felder komplett auf. Ja. Wie schnell bist du jetzt in das Dorf gekommen? Aua. Schnell. Das ist toll. Der Benni ist jetzt schon in dem Dorf und ich... Aaaaah. Hier kommen doch gleich... Hier kommen doch gleich 100 Pro, kommen hier doch Mobs, ey. Äh, Benni hier ist übrigens bei dem Dorf auch... Aaaaah. Aaaaah. Sagt dir da nicht eben einer, dann bauen wir uns hoch? Ja, ich sag doch. Das nächste Skelett freut sich. Wenn er sich hoch genug baut, nicht. Villager! Villager! Ey, der will zwölf Leder und gibt mir dafür nen Smaragd. Nein, tu es nicht. Ne, ich hab auch nur elf Leder. Dann hat sich das ja sowieso erledigt. Wenn ich die Villager töte, krieg ich dann ihr Zeug, was die haben? Ist übrigens kein Villager, ist ein Gerber. Ne, die heißen, das ist der Name. Ähm... Das sieht irgendwie noch ein bisschen... Was haltet ihr denn davon? Ne, wobei momentan ist das doof. Ich bin nämlich gerade am überlegen, wo wir den Zaubertisch hinstellen. Hallo. Aua. Ich komm angeflogen. Äh, guck mal da vorne, ist das glaube ich, ist das ein Zombie-Villager? Nein, das ist ein ganz normaler Villager. Wohin sollen wir den Zaubertisch stellen? Sollen wir den oben hinstellen? Ein nütziges Skelett? Und ich muss was essen. Ja, ich muss auch was essen. Sollen wir den Zaubertisch oben hinstellen? Ja. Also, äh... Ich würde... Ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall jetzt in dem Dorf. Ja. Oder wir sollten, glaube ich, gleich in der Hütte drinnen bleiben. Ja, Moment, ich will gerade... Alter! Und, äh, das, das Netta-Portal stelle ich woanders hin, weil das macht beschissene Geräusche, die einen nerven. So, ähm, wo ist es denn? Wo ist es denn? Haben wir nicht noch irgendeinen Blind? Weiß ich nicht. Oder ein Feuerzeug, von mir aus. Die Villager werden sauer sein, aber ich habe rote Beete. Äh. Ich hätte es auch da lassen können. Nein, und da hinten sind... Und da hinten sind Karotten! Sehr gut, nimmt einfach alles mit aus, auf jeden Fall, wenn es... Ja, ja. Kompletter Abriss. Wir haben jetzt tatsächlich keinen Fliegen, ernsthaft. Na ja, gut, komm. Darum ist ein Enderman. Was? Wo? Hinter dir. Hä? Ah! Ja, da. Da hinten, ja. Ja. Da sollten wir trotzdem... Ist das Flint da? Ich will hier Flint rausbekommen. Flint? Ja, also, ähm, Feuerstein. Äh, Benni? Haben wir nicht noch irgendwo ein Feuerzeug? Oder irgendwo sowas? Komm, wir gehen mal hier hinten rein. Glauben nicht. Also, ich habe jetzt keins gefunden. Ach, guck mal, was wir hier noch ernten können. Ah, jetzt kommt da auch kein fucking Feuerstein raus, ne? Ähm. Creeper! Ja. Ah, ich habe einen. Geh mal doch ins Wasser. Komm, Creepy, komm. Nein, 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 nein. Hihiihihi. Hahaha. Hat gut funktioniert, man. Hat denn irgendwer in der Idee von Platz für das Nervenportal? Ne. Auf jeden Fall nicht in der Hausnähe. Weit weg. Weit weg. Ja, ja, in der Hausnähe auf jeden Fall nicht, weil das ist nämlich saulaut, ich weiß. in dem haus hier waren wir eben schon glaube ich ja ich bin gerade überlegen ob ich das irgendwo über dem see schweben muss wobei das sieht wahrscheinlich komisch aus dass er irgendwo mit mir in der duft rumhängt ach warum habe ich mein verdorbenes fleisch weggeworfen der würde 40 verdorbenes fleisch nehmen und mir dafür ein smaragd geben gleich gleich ist natürlich eine möglichkeit ich wette ich wette dass da oben die schmiede ist benni also bei der schmiede müsste es eigentlich so ein kleines laber becken geben ja hier ist nämlich ein kleines laber becken ist gut als ein großes laber becken das ist nicht die schmiede ich habe echt keine ahnung mit dem portal aber guck mal da oben sind noch häuser da müssen wir auf jeden fall hoch ja da gehe ich es auch hoch wir haben halt hier echt nicht so viel platz auf dieser kack insel was ist das hier eigentlich für eine baumfarm die wir hier oben haben sieht auch interessant aus wo mein gott wo kommt der denn her was denn hier hinten sind auch noch häuser wir haben creeper auf unserem moment 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 wie ist der hier reingekommen ist nix hier ist nix ne hier ist auch nix wie ist der bitte schön in den stall reingekommen gute frage lass uns auf jeden fall da hoch gehen ja die frage ist wie hast du was zum hochbauen ich habe höchstens steine ich habe erde noch ich brauche mich immer mit stein hier hoch ich habe noch kohle gefunden die nehme ich mal mit wärmer wow geil ist der bitte schön da reingekommen hast du ihn ja also mit viel ich sag mal so mit viel pech könnte es sein dass das drecks ding da gespawnt ist so ich bin wieder da ich hoffe jetzt ich habe auch in obs wieder den sound aktiviert ich kann ja leider nicht gucken zweitbildschirm musste ich ja deaktivieren wo ist denn jetzt der creeper hin ich kann ja